Ale, 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 alem. Servus und hallo zu einer weiteren regulären Folge von 1889fm, dem SSV Jahren Fan Podcast. Bei mir der Philipp, ich bin der Robert, servus Jan Finsts. Servus Robert, servus Jan Finsts. Letzte Ausgabe waren wir alle noch total euphorisch. jetzt sind drei Spiele vergangen, wir haben nur einen Punkt geholt aus den wichtigen drei Spielen und ja, unsere Stimmung ist so ein bisschen am Boden oder bist du, du bist ja eigentlich mal der Optimistischere von uns beiden Ja, also ich muss jetzt lügen, weil ich weiß nicht mehr genau, was ich getippt habe, ich glaube total euphorisch ist auch falsch, irgendwie hat keiner gedacht, dass wir in Freiburg was holen, ich glaube vier Punkte war so der Schnitt von dem, was die Leute gesagt haben aber es ist halt trotzdem drei zu wenig, dann wären wir schon aufgestiegen oder? Naja, nicht ganz, aber ja, aber es wird deutlich besser aussehen, aber es hat sich ja wirklich jeder seit Wochen vor Freiburg in die Hose geschissen und ja also nicht, weil die besonders gut sind sondern einfach, weil Jan Dinge, sag ich mal und leider ist es genauso passiert. Also eine selbsterfüllende Prophezeiung Das Gefühl habe ich langsam, ja Ja, das ist immer ganz komisch, gell, weil eigentlich müsste man meinen, die Spieler sollten sich von diesem Umfelddenken nicht anstecken lassen, 90% davon hatten, kennen das Jan, gehen ja gar nicht und trotzdem scheint es sich immer wieder sowas zu bewahrheiten wenn man es zu lange heraufbeschwört dass es dann auch passiert, also das ist irgendwie so auch so ein Massengedächtnis Ja, ohne das jetzt in die Breite zu diskutieren, ich glaube da kommen wir später noch zu aber ich glaube, es ist nicht nur irgendwie das Jahr angehen sondern es ist einfach generell so der die Form der Mannschaften der letzten Wochen oder man hat ja gesehen, dass Freiburg auch gegen Münster irgendwie mit drei Toren, glaube ich, geführt hat Problem ist Münster, hat halt noch fünf geschossen Ja, ich glaube, da sieht man ganz gut, wo dann unsere Schwächen auch sind in dieser Saison und vor allem in dieser Rückrunde Genau, aber das können wir jetzt, glaube ich, in der Toren Ja, wir können es gleich analysieren, weil es gab kein Aftermatch-Talk gegen Freiburg, also können wir den quasi jetzt ersetzen Und ja, das Freiburg-Spiel ist ja auch so ein bisschen symptomatisch gewesen für die anderen drei Spiele Ich möchte es nur ganz kurz den Rundum schlagen, weil ich habe die Aftermatch-Talks eben nicht gemacht Ulm war ich unfassbar beeindruckt wie die uns kämpferisch niedergerungen haben Die waren bis auf diese eine Aktion spielerisch auch nicht viel besser als wir Aber man hat wirklich von und auch im Stadion von Minute 1 gemerkt, die hatten sowas von Bock uns da einfach aus dem Stadion zu schießen Die hatten keine Angst, die hatten kein Abtasten Das Stadion war auch dabei Muss man auch sagen Teilweise auch viel besser von den Seitenrängen als bei uns Gegen Dresden zum Beispiel Auch gegen Dresden war die Stimmung manchmal von den Rängen, vor allem auch West dass wir uns eingeschissen haben Und bloß erst dann als wir das Gegentor kassiert haben beziehungsweise den Elfmeter bekommen haben war von allen Seiten wieder Hoffnung da und dann war die Stimmung fantastisch, dann war die spielerische Leistung gut Und ich weiß nicht Wir sind wieder in dieser Phase angelangt wie früher Wir brauchen erst immer den Rückstand um irgendwie wieder Motivation oder Kraft oder Hoffnung zu schöpfen oder dass die Last abfällt Und das ist auch schon öfter schiefgegangen weil Du kannst halt nicht jedes Spiel drehen Ja, also Ulm habe ich ja sogar kommentiert und auf den Aftermatch-Talk dann gemacht und ich finde es ganz gut von dir zusammengefasst mit Niedergerungen Also Es war ein Kampfspiel und ganz ehrlich Wir waren da vielleicht an dem Tag nicht der Spielversteher, bei dem wir sein wollten Weil die gleiche Stimmung den gleichen Präsentierteller hatten wir eigentlich in Münster Und da haben die losgeglichen Feuerwehr wahrscheinlich mit Glück auch ein bisschen diese drei Tore gemacht dass Münster nicht mehr zurückgekommen ist Gegen Ulm Ja Irgendwann kassierst du dann das Tor Das war echt gut gemacht Da waren zwei Mann die da hätten dazwischen gehen können und das taktische Foul ziehen Die hatten beide schon gelb Das ist halt richtig scheiße und in der Mitte Der Stellungsfehler darf natürlich auch nicht passieren Aber so ein Tor fängst du dir mal Auch da wieder Du warst nach vorne zu ungefährlich Da muss ich aber sagen im Vergleich zum Beispiel zum Dresdenspiel oder auch zum 60-Spiel zu Hause hast du den Rückstand nicht gebraucht Weil der Rückstand hat dir da gar nichts gebracht Also da hattest du kein Anrennen danach Und ja, ich stimme auch zu gerade bei Heimspielen Die Stimmung im Jahrenstadion wenn jetzt gerade kein Anrennen dann ist Also wenn jetzt kein Nur nicht gerade vom Rückstand Hier merkst du die Mannschaft gibt jetzt alles und holt sich eine Chance nach der anderen Dann ist das Stadion da Aber ja Wenn es so vor sich hin plätschert dann ist es vor allem drei Viertel vom Stadion halt nicht da Und das habe ich in Ulm auch anders gesehen Aber wie gesagt das war diese dann auch noch Flutlichtspiel also nochmal ein bisschen mehr als in Münster Stadion ausverkauft und die ganze Region will das Ich meine die sind halt frisch aufgestiegen Die haben in der Rückrunde den Lauf Das ist halt alles das was wir nicht haben Wir sind zwar auch Wir wissen auch nicht wie wir da stehen Aber wir standen halt in der Hinrunde schon Und jetzt auf einmal ging es ja eher in die andere Richtung Also die Stimmung im Umfeld ist eine ganz andere Und ich glaube schon weil du vorhin meint hast dass die Mannschaft das vielleicht alles gar nicht so mitkriegt Also auch dieses Jahr angehen Ich glaube schon dass die Stimmung im Umfeld kriegst du schon so ein bisschen mit Ich würde unseren Podcast jetzt nicht überhöhen Ich würde jetzt auch den Discord nicht überhöhen Aber es ist ja auf komplett Social Media und eigentlich wahrscheinlich auch in jedem Interview Das schwingt ja schon so ein bisschen mit Hey Warum spielt ihr so scheiße Warum stürzt ihr Wir haben eigentlich Stimmung wie letztes Jahr quasi im Abstiegstrudel sag ich mal Aber ja die Rückrunde ist kacke Aber in der Rückrunde haben wir stellenweise auch nur irgendwie auf Platz 10 gestanden Jetzt ist das wahrscheinlich nochmal schlechter Ich habe das heute nicht mehr geschaut Das ist das was manche vor der Saison erwartet haben Wenn wir in der Hinrunde diese Saison gespielt hätten sag ich mal Da hätten die übrigen Verdächtigen auch gemammelt und gesagt der Trainer kann nix und wir haben keinen gestalten Stürmer und bla 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 Aber da hätten wir eine Rückrunde diesen Lauf gehabt mit den 10 Siegen Dann wären wir jetzt gerade Münster wären wir jetzt gerade Ulm und dann kann ich mir sogar vorstellen dass im Saisonfinale vielleicht sogar dann noch die eine Meile mehr gegangen wären Es ist einfach scheiße aus der Richtung zu kommen Das gleiche wie im Abstiegskampf dass du aus diesem Strudel nicht mehr rauskommst Genauso in Strudel hatten wir jetzt auch bloß dass wir von Platz 1 irgendwie auf Platz 3 oder 4 gefallen sind in dem Strudel Das stimmt aber eigentlich hattest du den Strudel ja schon wieder überlebt nach Münster 7 Punkte aus 3 Spiel wenn ich mich nicht täusche als wir letztes Mal da gehockt sind und ja dass du gegen Ulm verlierst ist auch schon gut aber ich meine Dresden gegen Dresden gewinnt gerade ein stehender Sack Kartoffeln und wir schaffen es nicht diese am Boden liegenden Dresdner bei uns daheim niederzuringen ja und bis auf den Elfmeter gab es auch so gut wie keine Chance also es ist eine absolute Frechheit wir haben Heimspiel gegen den schlechtesten die sind mittlerweile letzter auf der Rückrundenabelle gegen das schlechtesten performende Team und ich kann mich an keinen vernünftigen Torschuss oder sonst irgendwas erinnern man muss auch sagen ich finde es auch echt schwierig aus der Hans-Jakob-Tribüne aus jetzt immer Analysen zu machen da muss ich mich wieder öfters mal zum Turmvork rüber stellen aber da war meine ganze Familie auch mit dem Stadion das war einfach nur sein offener Schlagauftausch aber nichts zwingendes von uns ich habe da auch nicht 90 Minuten lang gemerkt dass wir da unbedingt gewinnen wollen sondern wir hatten wir hatten da schon ein bisschen Stift in der Hose vielleicht wollten wir unbedingt nicht verlieren das kann gut sein ganz ehrlich fand ich aber danach auch okay also nach dem Dresdenspiel habe ich mir gedacht passt kurz Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner dem Rebest Fitness Club in Regensburg und zwar haben wir uns da wieder was Neues ausgedacht weil die alte Saison ja jetzt bald um ist und dann wird es schwierig mit Sitzplatzkarten und das alte Jahrndrikot beziehungsweise das Trikot dieser Saison ist ja günstigt im Jahn-Onlineshop zu halten deswegen wenn ihr im Rebest Fitness Club ein Abo abschließt dann könnt ihr mit dem Codeboard 1889FM beziehungsweise Jahn-Podcast ein Jahrndrikot mit Wunschvlog der neuen Saison erhalten sobald es halt verfügbar ist und ihr bekommt auch noch einen vergünstigten 1889FM-Tarif ihr müsst aber nicht die Katze im Sack abonnieren sondern ihr könnt per WhatsApp Kontaktformular oder Telefon euch ein Probetraining oder ein Beratungstermin oder beides ja vereinbaren und dann erstmal anschauen bevor ihr dann ins Beratungsgespräch geht und eben euch die Konditionen anhört und wenn ihr eben 1889FM erwähnt dann gibt euch der Adrian oder die Mitarbeitenden dort einen besonderen Tarif und das Jahrndrikot gibt es oben drauf jetzt geht es weiter in der Folge also ich war damit zufrieden mit dem Punkt und vor allem auch mit der Leistung ja gegen Dresden hat ungefähr jeder gewonnen aber nicht gegen das Dresden also das muss man schon sagen das war deren letzte Chance die haben wir alles reingeworfen die haben da auch wieder versagt also der Punkt hat ihnen ja gar nichts gebracht hast du auch richtig gesehen die haben am Ende nochmal mehr investiert und da musst du vielleicht dann auch nochmal in Kontra fahren oder sonst irgendwie da was rausholen weil die waren ja auch stehen K.O. also die haben vielleicht versucht alles zu riskieren aber eigentlich hat am Ende schon nur noch der Jan gespielt aber wir sind nach vorne einfach also wir haben jetzt hier drei Spiele vor uns liegen und haben in zwei Spielen ein Tor geschossen aber auch nur eins jeweils das ist für eine Mannschaft die oben mitspielen will viel zu wenig ja und ich sehe auch nicht wie wir es jetzt ändern wollen du hast Preußen Münster angesprochen gefühlt war das das letzte Spiel wo mal ein Außenverteidiger den Außenstürmer überlaufen hat verdammt viele Kontertore das ist absolut widersprüchlich finde ich also kurze Korrektur ich war auch in Freiburg nur im Gästeblock noch schlimmer eigentlich als Hans Herkopf ich habe auch wirklich taktisch-analytisch-Kaiter wenig zu sagen außer dass ich ein paar Theorien habe aber Cody Faber hat wieder drei Gelbe gezogen glaube ich gegen sich weil er eben überlaufen hat als Außenverteidiger nein nein ich meine der Außenverteidiger den Außenstürmer überlaufen hinten rum damit du quasi bei mir Anspielstation hast die gelben Karten hat er geholt als er quasi selber den Konter eingeleitet hat er war Rechtsverteidiger soweit ich weiß in dem Moment ja aber er ist quasi er ist überlaufen ist ja was anders ja okay also er ist quasi in den Sprint gegangen hat durch den Sprint die gelbe Karte gezogen der Außenstürmer hat sich in die Mitte positioniert aber Ziel muss es ja auch sein dass der Außenstürmer den Ball hat der Außenverteidiger überläuft ihm du spielst ihn an die Grundlinie der spielt ihn zurück der andere haut ihn rein weil das ist fast nicht verteidigbar weil du die ganze Abwehr auseinander ziehst und bei uns ist es immer so unsere Konter und unsere Angriffe funktionieren immer Schema F Faber läuft irgendwo in der Außenbahn der Außenstürmer weiß überhaupt nicht was er tun soll dann kommt die Flanke oder nicht Flanke dann wird sie entweder zur Ecke oder zum Einwurf abgetan oder sie kommt völlig scheiße ohne Schwung in die Mitte und irgendein Kopfball muss einen Semmelkorb nachwerfen und bei Münster hat sich das ich weiß auch nicht wie er auf die Idee gekommen ist zum Beispiel das erste Tor war eben Geipel ist mal vorne aufgetaucht und ist bis zur Grundlinie gegangen das machst du auch nur wenn du keinen Schiss in der Hose hast sag ich jetzt mal so und das zweite Tor genau das gleiche mit Kota auf der anderen Seite und ja wir haben einfach nicht nur die Leichtigkeit sondern es fehlt halt auch der Mut ja mal was außergewöhnliches zu machen mal was der Gegner nicht damit rechnet aber ich kann dir vor jeder Partie sagen wie wir aufstellen wie wir spielen was unsere Offensivkonzepte sind da kann ich also jeder Trainer der letzten vier drei vier Mannschaften hat genau gleich gegen uns gespielt und ja da gewinnst du kein Spiel mehr wenn wenn wir in dem Sinne ausgecoacht worden sind und wir ändern das immer sobald wir ein Tor kassieren werden wir unausrechenbarer und auch mutiger und vielleicht musst du auch einfach mutiger mal sein vor allem gegen Freiburg da musst du reingehen und sagen hey wir gewinnen das heute mir scheißegal wir spielen die ersten 20 Minuten vielleicht defensiv und dann müssen wir den Schalter umlegen wir zerstören erst das Spiel und dann geben wir ihnen aber wir haben die ja einfach eingeladen zum kombinieren und wenn diese junge Mannschaft wie Freiburg zum kombinieren anfängt dann ja also dann dann spielen sie sich nicht so daher wie sie uns daher gespielt haben und bis zu dem 1-0 oder 2-0 1-0 oder 2-1 ich hab jetzt nicht nachgeschrieben aber mir fällt keine gelbe Karte von uns ein da waren auch drei vier Leute von uns waren gelb vorbelastet also bei der fünfte gelbe wären sie dann raus gewesen und so haben sie teilweise auch gespielt als wären sie schon gelb vorbelastet ja wo wo ist der wo ist die Grätsche wo ist der wo ist das ich hau ihn dann im Mittelfeld mal um wenn die schon also ich mein das 1-0 hättest du verhindern können wenn du den in der Mitte einfach ein taktisches Foul ziehst weil ich dazu sagen muss also ich gebe dir wirklich recht wir waren meiner Meinung nach nicht mutig genug und vor allem Freiburg die haben halt wirklich also die hätten so oder so nichts zu verlieren weil es eine zweite Mannschaft ist mein Gott aber die waren mutig die haben einfach versucht ihren Fußball zu spielen aber das haben wir eigentlich ganz gut verhindert in der ersten Halbzeit also bis zu diesem 1-0 fand ich das war eigentlich die erste Kombination die funktioniert hat wir waren im Pressing offensichtlich waren wir echt gut drauf wir haben halt 0 selber im Spielaufbau irgendwie für Torgefall besorgt das ist das was mir eigentlich Angst macht bei sowas du kannst ja so ein Spiel beginnen mit Fokus auf Zerstören mit Fokus auf Anlaufen und sie an ihrem Kombinationsspiel zu hindern das fand ich hat eigentlich teilweise richtig gut ausgesehen das Pressing in der gegnischen Hälfte da in dem Tor zu langen Bällen zwingen die war immer bei uns dann dieser lange Ball und die kurzen Bälle hintenrum ja die haben dann irgendwann zum langen Ball geführt also es hat nie funktioniert und dann einmal haben sie sich durchkombiniert und dann hast du sofort gesehen ja okay jetzt fällt es also das war also das war verteidigbar aber man hat es wie du schon sagst man hat es im Ansatz gesehen okay das wir Trottel kriegen das wieder wir Trottel fangen und fressen dieses Tor und wir haben echt lange gebraucht um uns davon zu fangen und was mich auch wieder aufgeregt hat von Minute 1 an warum schießt der Agaipel diese Ecken ja die kommen seit Wochen absolut beschissen und der Kota hat jetzt jedes Mal fast ein Eckballtor aufgelegt warum wartet man da bis zur zweiten Halbzeit dass man sagt Kota schießt die Ecken ja also das muss doch von Anfang an muss ich das doch einfach festlegen ich weiß es nicht ich kann mir vorstellen dass Kota vielleicht für so den zweiten Ball für den Nachschuss sag ich mal aus dem Distanzschuss eventuell am 16er lauern soll wobei das hat er also das kann er wirklich gut das würde schon Sinn machen aber ich kann mich an keine Ecke erinnern wo das jemals dieses Jahr funktioniert hat dass der Ball dann raus kam und er dann den im zweiten gemacht hat dann legst du ihn auch eher nochmal raus und dann wird er geflogen und gefragt dafür brauche ich kein Kota das kann ungefähr jeder dass er nochmal zurück rauslegt also ja gehe ich grundsätzlich schon mit Standards andererseits muss ich sagen hey wir haben mal wieder unter 10 Standards in einem Spiel ich glaube es war der siebte oder die achte Ecke weil wir haben irgendwie mitgezählt und haben uns beschwert jetzt schon wieder die achte Ecke und dann war sie drin also es hat mal wieder funktioniert nur durch den Standard sind wir da irgendwie ins Spiel gekommen aber ja ich bin da echt ein bisschen ratlos wie wir mit dieser Mannschaft mit diesem Spielerpersonal aktuell noch Tore erzielen können weil ich finde schon dass wir also wenn du schaust ja jeder Gegner stellt sich auf sie ein bla 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 aber was wir unter unserem Pressing machen was wir defensiv machen da haben uns die Gegner jetzt nicht komplett erzaubert also es ist jetzt nicht so dass die uns da her spielen und unsere Defensive austanzen die hat sich bis auf die Spiele zum Beispiel gegen Sandhausen wo wir viel zu viel Gegentor kassiert haben er hat sich die relativ stabilisiert wir sind immer noch in der Top 5 Verteidigung dieser Liga obwohl wir mal 5 in einem Spiel kassiert haben und da habe ich auch nochmal jetzt zum Beispiel 3 letzte Woche also die Verteidigung ist eigentlich für das obere Tabelldrittel sage ich mal angemessen aber unser Offensivspiel kommt halt nichts raus wenn wir irgendwo entzaubert sind sagen wir wenn wir da keine Ansätze haben dann auf jeden Fall im Spiel nach vorne ja weil jeder Gegner mittlerweile weiß er stellt sich gegen uns hinten rein und wartet auf diese eine Konterchance wo man das komplette Mittelfeld überspielen kann und dann fallen natürlich auch nicht viele Gegentore weil die lauern ja auch jeder Gegner gegen uns spielt gerade im Handballmodus die einzigen die nicht im Handballmodus gespielt haben waren Preußen Münster und die haben abgeschlachtet und ich würde genauso aufstellen ich würde wahrscheinlich 5 Defensive gegen uns aufstellen und einen schnellen Stürmer und das langt dann meistens weil wir Trottel kassieren dann ein Gegentor und dann passieren halt auch nicht viele und das ist ja vielleicht das was du dann irgendwann mal umstellen musst wenn du dann wirklich die Unterschiedmannschaft sein möchtest du musst also wir haben ja genauso gespielt wie die Gegner gegen uns spielen wenig Ballbesitz Umschaltmomente Tore schießen und wenn es geht und wenn es alles nicht hilft dann in der 90. Minute mit der besseren Kondition noch gewinnen das klappt halt nicht mehr wenn der Gegner genauso spielt gegen dich dann gewinnt am Ende der der den einen entscheidenden besseren Konter fährt und unsere Konter sind absolut bescheiden zur Zeit wir haben überhaupt kein Konzept wer wo laufen soll die Box ist ständig nicht besetzt wenn Garner sich nach draußen zieht kommt überhaupt keiner in die Mitte und wie ich schon gesagt habe es überläuft auch keiner zur Grundlinie es gibt keinen einzigen Grundlinienpass ständig und zusätzlich versuchen wir also ganz wenige Fernschüsse und wenn es ein Fernschuss ist dann lupfen wir den Torwart den Ball in die Hand und das ist ein riesengroßes Problem und dann bräucherst du ein Spielsystem das eher auf Ballverschieben aus ist und das können wir nicht ich habe glaube also teilweise haarsträubende Pässe auf vier Meter nicht angekommen wieder diese ganzen Grundlagen die am Anfang der Saison einfach funktioniert haben einfach verlernt ja sowas passiert halt wenn du Schiss hast also ich habe die ich habe die Bremsspur von manchen Spielern bis nach Regensburg gerochen wobei da muss ich sagen haben die Grundlagen in der Hinrunde wirklich funktioniert oder war es da eben so dass wir mit unserer Spielweise noch mehr Erfolg hatten weil wir eben noch nicht weil nicht jeder Spieler quasi einfach nur versucht hat unser Spielsystem auszuhebeln und selber schießt dann schon seine Tore weil ganz ehrlich vom Spielermaterial sind wir keine Aufschiedsmannschaft aber vor allem vom vom Spielerischen von der Ballkontrolle und auch glaube ich von der Passschärfe oder sowas da sind wir für mich nicht im oberen Ritten dieser Liga da musst du mal schauen was bei den anderen Vereinen für Spieler spielen auch und Andi Geipel ist kein Mark Lorenz von Preußen Münster die sind zwar beide über 30 und haben schon höher gespielt und sind x-mal aufgestiegen aber der eine ist halt ein Zerstörer im Mittelfeld der immer wieder krasse Bälle erläuft und dazwischen spritzt ja und der andere macht halt Tore also legt Tore auf hat einen krassen linken Fuß läuft in der dritten Liga rum wie Preuß so ungefähr sowas haben wir halt nicht wir haben auch keine 17-Tore-Stürmer davon hat Münster zwei das ist einfach das ist einfach Wahnsinn absolut anekdotisch ich habe keine Statistiken das beweisen aber wir saßen hier oft da und haben uns gewundert wie spielerisch krass gut Geipel auf einmal ist also ich finde schon dass wir in der ja da wo es gut gelaufen ist ähm hat der spielerisch viel Berg gemacht als jetzt jetzt ist es ein Geäuze also ich kann mich an einige Spielverlagerungen im September Oktober rum erinnern wo ich mir gedacht habe gerade Kruzifix ja also das ist geil da gab es auch mal Hacke und was weiß ich und ja aber das ist ja also das ist so glaube ich dass wenn es gut läuft dann packst du auch mal die Hacke aus die Leute die quasi was drauf haben das sind dann die Idioten die wenn es schlecht läuft in Abschiedsaison die Hacke auspacken wie ein gewisser Saprit Zings ungefähr das sind die Technikern bei so ein Andi Geipel glaube ich also ich habe das Gefühl der hat einfach die Erfahrung der hat wirklich da ja kann das Spiel auch mal lesen kann auch mal hat die Übersicht auch mal zu sehen wo er den Ball hinverlagern muss aber es ist jetzt keiner der wenn er zehnmal den Ball übers Feld schlagen muss den perfekten Lauf spielt ich glaube die Technik hat er bis heute nicht die wir auch nicht mehr haben dafür ist er auch nicht auf dem Feld das ist so meine Theorie dass wir nicht die krassen Technik haben Cota kommt da auf jeden Fall hin auch ja nee Ganaus nenne ich da jetzt nicht Ganaus ist ein ganz schwieriger Fall weil da denkst du teilweise wenn er den ersten Kontakt gut macht was eine von 20 mal vorkommt und irgendwie Tempo aufnehmen kann dann ist das teilweise richtig krass auch Abschlüsse haben wir von ihm schon technisch richtig gute gesehen aber da muss halt einer irgendwie mal einen kleinen Schultercheck oder einen Fuß irgendwie zwischen die Beine leicht bekommen was nicht für faul ausreicht und der ist halt aus der Balance und das ist so der Aaron Seidel Effekt so ungefähr dann klappt es mit den langen Beinen nicht mehr ich weiß es nicht also das ist einfach ja ich bin wirklich jetzt vor allem in Freiburg ich bin da wirklich einer weniger kritischen ich bin mittlerweile einfach in unserem Sturm verzweifelt uns fehlt da massiv Qualität wenn du schaust die anderen Mannschaften haben entweder auf dem Flügel nochmal deutlich mehr oder vor allem im Sturmzentrum wie gesagt Münster 34 Tore auf zwei Personen verteilt in Ulm hast du halt diese Flügelzange mit dem Sienzer und ich weiß gar nicht mehr wie der andere Flügelspieler heißt das ja wir haben zwar mit Cotavit und Ganaus 30 Tore aber bei zwei von den drei ist halt ungefähr auch zehn Spiele her dass die ein Tor geschossen haben also die haben alle drei zehn Tore schön aber das bringt uns halt am Ende des Tages nichts wenn wir so wenig Tore schießen zur Zeit ja wir müssen glaube ich in Topform sein oder es muss halt alles passen ja ich bin tatsächlich was das betrifft ein bisschen ratlos ich finde was du gesagt hast vorhin mit dem Mut ist eigentlich so mein Ansatz wie du es jetzt angehen müsstest weil letztendlich was ist denn gerade so also wie kann man denn gerade überhaupt unsere Situation beschreiben mein Mann nach bist du eigentlich schon an dem Punkt da hast nichts mehr zu verlieren ja du kannst täglich noch Fünfter oder Sechster werden wenn du jetzt alles verlierst und zwei andere Teams irgendwie alles gewinnen das halte ich für sehr unwahrscheinlich aber ganz ehrlich dann ist es halt so dann verzichten wir noch auf den Pokal also die Chance was wir noch gewinnen können dieses Jahr ist deutlich größer du musst jetzt einfach offenes Visier und sagen hey wir haben nichts mehr zu verlieren und auch wie du gesagt hast vielleicht wirklich mal von Anfang an andere Skussball spielen und mit andere Skussball meine ich schon auch dass ja wir mal versuchen ein Tor zu erzielen ja mit vollem offenes Visier du musst gegen Köln musst du da reingehen und sagen von Anfang an wir schießen fünf Tore schauen wir mal wie viele Gegentore wir kassieren dieses dieses Angsthasen Fußball allein schon immer die ganze Zeit dieses 4-2-3-1 wo wir ab der Mittellinie immer nur mit einem mit einem einem Mensch zwischen Mittellinie und 16er stehen ist halt einfach Angsthasenfußball wir wollten uns jetzt halt unbedingt offensichtlich irgendwie mit guter Defensivleistung und mit einem 1-0 gegen SC Freiburg 2 und gegen Dresden nicht verlieren bei Ulm mal schauen hauptsache nicht hoch verlieren wollten wir uns da oben jetzt noch irgendwie festbeißen ja und das klappt ja anscheinend auch noch so ein bisschen weil wir sind immerhin noch Dritter obwohl wir absolut beschissen drei Spiele gespielt haben aber wie du schon sagst ja du musst jetzt eigentlich müsstest du jetzt versuchen wie du schon sagst einfach nur da raus zu gehen und schauen dass du deine 3-4 Tore schießt und mal schauen was hinten passiert und da hilft aber natürlich nicht nur allein eine Umstellung ja sondern da muss auch eine Einstellung Sache muss sich ändern ich glaube es ist fast nur die Einstellung ich glaube sogar dass du mit 4-2-3-1 hinkommst und die Einstellung änderst also das ist meine Meinung ich bin ja klar du kannst ja natürlich auch weiter nach vorne schieben und sowas also wie ich ja gesagt habe oftmals ist halt dann der Faber da alleine oder der Salah alleine nach vorne gelaufen und einer sichert ab und das Lustige an der Geschichte ich wiederhole mich ist halt wir spielen nicht risikoreich und fangen trotzdem Kontertor oder wie kann man denn mit 2 ja weil wir halt auf Umschalten wir lauern auf Fehler wir spielen auf Umschalten und das alleine ist schon dann Risiko wenn du mit 5 Spielern vorne ins Pressing gehst und das Pressing wird überspielt also klar ja genau aber ich kann nicht ich kann nicht solche Konter fangen wenn ich eigentlich mit 2 abräume mal 6er spiele du musst das besser verteidigen aber was ich glaube also das ist ein tieferes Problem das werden wir jetzt auf 2 Wochen nicht lösen das werden wir auf 1 Woche nicht lösen das ist meiner Meinung nach das ist ein Problem mit unserer Spielidee mit unserem System ein Problem der letzten Jahre also das hat ja nicht die 3. Liga jetzt erfunden das ist eigentlich eher ein Wunder dass sie es in der Hinrunde nicht geschafft haben uns da quasi in Anführungszeichen auszukoachen weil es haben die letzten 2 Jahre in der 2. Liga auch jeder geschafft unsere Spielidee ist halt dieses 4-2-3-1 kannst du auch mit 2 Stimmen spielen bla bla am Ende geht es darum dass wir draufpressen dass wir auf Umschaltmomente lauern dass wir das geht auch wieder darauf zurück wir haben vor allem in der 2. Liga wir haben nicht das Geld für die Spieler mit den mit der höchsten Passschärfe mit dem besten Fuß und sonst irgendwas du kannst mal wieder so einen Sapre-Zing das ist ja ein Quota sag ich mal dafür reicht das Geld aber wir können nicht den bestausgebildeten Kader der Liga stellen natürlich nicht sondern wir müssen halt diesen Kampffußball dieses Pressing dieses unermüdliche Laufen und dadurch den Ball erobern und auch Fehler lauern das Problem ist dabei machst du selber Fehler und genau diese Fehler also die individuellen Fehler die haben uns die letzten Jahre halt wirklich richtiges Genick gebrochen und die brechen uns gerade habe ich das Gefühl auch das Genick das ist Konterabsicherung das ist ja Unfähigkeit vor dem gegnerischen Tor aber das ist ein tieferes Problem ich glaube das musst du in den nächsten Sommerpausen also gehe ich jetzt sogar über dieses Jahr hinaus in den nächsten 1,5, 2 Jahren musst du das irgendwann mal lösen dass wir dann einen Plan B entwickeln dass wir da irgendwie vielleicht auch noch unser Spiel ein bisschen verändern weil für mich ist das ein Trend der wirklich über mehrere Jahre geht dass wir da so leicht also der Gegner braucht sich gegen uns bloß hinten reinstehen das war vor allem in der zweiten Liga so solche Teams wie Rostock oder sowas haben wir immer schlecht ausgesehen weil wenn du uns einfach kommen lässt und wir mit dem Ball was anfangen sollen haben wir wenig Ahnung was wir tun sollen es geht der dritten Liga besser weil da die anderen Teams auch nicht ganz so gut sind aber gerade jetzt in der Rückrunde finde ich war schon wieder eindeutig wenn man uns den Ball lässt wird es schwierig wie gesagt das ist halt die perfekte Taktik gegen einen überlegenen Gegner den eben mit deiner Scheißhausfliegen-Mentalität niederzuringen das hat ja funktioniert gegen Dresden also einmal und auch auch diesmal gegen Dresden wenn wir spielen noch 10 Minuten länger geht machen wir wahrscheinlich auch noch das zweite also da war es ja auch so wir haben einen längeren Atem gehabt und am Ende haben nur noch wir gespielt klar wir haben es in dem Fall jetzt nicht gewonnen und beim Hinspiel war es ein bisschen Glück aber es hat dieses Jahr schon mehrmals funktioniert gegen solche Gegner ja genau aber jetzt sind wir halt der Favorit und die Leute stellen auch dementsprechend auf als wären wir der Favorit ja wir stellen sich auch dementsprechend ein auch da ist es wieder Kopf also das ist ja wir sind wieder beim Mentaltrainer angelangt oder bringen uns das auch nichts ganz ehrlich dieses ja wir haben nichts mehr zu verlieren das kriegen wir denen auch eingebläut so ungefähr du musst es bloß machen glaube ich du musst auch das Zeichen setzen ja keine Ahnung so blöd wie es klingt ja die ganze Zeit Garaus drin lassen die ganze Zeit Farbe drin lassen egal wie sie spielen das ist ja auch kein Leistungsprinzip wobei ich da sagen muss Entwicklung schön und gut aber wenn ich immer weiß ich spiele ja sowieso egal welche Leistung ich mache dann ist es schwierig und es ist ja auch irgendwie bezeichnet dass Max Meier der gefühlt der beste Spieler war seit nachdem er eingewechselt wurde obwohl er jetzt auch nicht Riesenakzente gemacht hat aber für seine also für die Situation war der bombig ja also nicht ein Sternchen sondern eins Minus das ist mein Beispiel eigentlich warum also ja mein Mann auch zu spät dann erst zur Halbzeit gegen Freiburg aber da hat Joe eigentlich was probiert und da habe ich wirklich da hast du mir gedacht oh Gott was macht er denn jetzt so ungefähr in so einem wichtigen Spiel quasi zwei Erfahrensten auf dem Spielfeld rausnehmen einfach zwei frische Junge zu bringen die halt auch komplett Kopfblockade haben können ich meine es geht mehr oder weniger um den Aufstieg du spielst hier dein erstes Profispiel so richtig eine ganze Halbzeit als Max Meier das kann richtig schief gehen aber er hat es halt richtig gut gemacht ich glaube er war einer von den fünf die beim mehr oder weniger entscheidenden dritten Gegenton einfach vorne stehen geblieben sind also würde ich ihn zumindest nicht rausnehmen da da würde ich jeden der fünf da vorne eigentlich nochmal extra unten laufen lassen weil das hat mich richtig angekotzt aber klar die zweite Halbzeit war dieses offene Visier glaube ich das wir wollten du nimmst mit Geipel deiner erfahrensten Mann raus mit Zeiler den zweiter erfahrensten ich weiß nicht genau warum ich habe auch keine wirklich nicht viele Interviews gesehen und ich habe mich auch aus Discord und Social Media rausgehalten die letzten Tage bei Geipel kann ich mir vorstellen dass der war ja verwarnt also verwarnt im Sinne von er hat vier gelbe wenn er die fünfte kriegt hätte er zwei Halbzeiten gefehlt jetzt die kommende Woche so war es jetzt nur eine Halbzeit kann man so denken wenn er es eben jetzt gegen Köln kriegt dann verliert er wieder zwei gegen Saarbrücken also weiß ich nicht ob das alles war ich glaube eher dass tatsächlich ja vielleicht dann hat es halt auch ein bisschen in der Kabine gekracht hat weil ein Interview habe ich gesehen und das war das mit Joe Ennox nach dem Spiel das Magenta Interview das an den Highlights angehängt war und da hieß es so nach dem Motto er wird jetzt hier keinen öffentlich anzünden aber sie werden da schon noch mal richtig Gas geben jetzt und die Themen ansprechen also der hat schon so gewirkt als ob da mit einigen Menschen die Einstellung nicht gestimmt hat ich habe es jetzt wirklich aus dem Gästeblock nicht gesehen was jetzt genau an Geipel vielleicht in der ersten Halbzeit nicht richtig war vielleicht hat er sich auch irgendwie den linken Zehennagel verknackst keine Ahnung also kann schon auch andere Gründe gehabt haben aber für mich war das schon so das Signal hey ich nehme jetzt hier den Kapitän und den Co-Kapitän quasi raus und wir schauen jetzt mal was kommt und es hat eine Zeit lang funktioniert dann fangst du dir halt wieder zwei so Tore gegen Gegner der ja nichts zu verlieren hat das ist scheiße das kann auch mal passieren in so einem Spiel aber es ist nicht das erste Mal es ist gegen Freiburg passiert es ist gegen Lübeck passiert es gegen Mannheim passiert ich war bei allen drei Spielen im Stadion ich war bei allen drei Spielen richtig angepisst und denke mir danach ja cool wie war der Satz von Achim Bayerleuzer die Erwartungshaltung ist zu hoch nein gegen einen dieser Gegner zu verlieren ist schon eigentlich keine zu hohe Erwartungshaltung gegen alle drei ist wirklich keine zu hohe Erwartungshaltung also da musst du sieben Punkte mindestens holen eigentlich in den Spielen wie gesagt wenn du mal eins verlierst dann sind es halt nur sechs ne sehe ich ganz genauso ich will mir nicht eine zu hohe Erwartungshaltung hinreden lassen wenn ich erwarte dass wir gegen den abgeschlagenen letzten nicht drei eins verlieren vor allem gegen diese drei Gegner wenn du da sechs Punkte mal reinrechnest aus den ich glaube null waren es ja ganz kurz nachgerechnet dann stehen wir zwischen Platz 1 und Platz 2 Punkt aus fertig also es ist so einfach du musst nicht gegen Dresden gewinnen du musst auch nicht in Ulm gewinnen nicht mal einen Punkt holen das sind die Spiele die dir am Ende wehtun und ja wie gesagt man kann es mal erklären sie tun immer noch weh man kann es mal erklären wenn der Gegner einen guten Tag hat das ist eine junge Mannschaft die hat nichts zu verlieren die spielen krassen Fußball können aber nicht verteidigen die haben gegen Ulm fünf Dinger bekommen warum schießt man keine Tore gegen Münster ja ich weiß auch nicht weil wir hatten glaube ich ich war sehr beeindruckt von Torschüssen in Anführungsstrichen glaube ich waren 17 oder sowas aber halt Schüsse aufs Tor waren es dann vier oder so ich weiß auch nicht und ja mit diesen Abschlüssen gewinnst ja kein Blumentopf bezeichnet auch wieder diese Chance von Schönfelder wo er wo er frei draufziehen kann und dann 400 Meter drüber schießt das Ding von Brian Hain war ärgerlich kann er nicht besser machen glaube ich wird dann noch von dem Oberschenkel abgefälscht aber unterm Strich halt viel zu wenig um gegen Freiburg zwei gewinnen zu können und ja irgendwo habe ich auch noch gelesen da muss halt also jetzt müssen wir sie quasi zum Sieg schreien und jetzt muss auch die von den Tribünen die letzten fünf Prozent kommen und so aber das kann nicht die Erklärung sein ja also ich in Freiburg war kein Häckselkästen da hätte man in Ruhe die das waren 1700 Zuschauer und ganz ehrlich das waren 1100 von uns oder so ja also also ja also viel mehr Support geht nicht an dem kann es wirklich da verbirge ich mich für bis zum 3 zu 1 war der da dann mal kurz ratlos und selbst danach kam er auch wieder so ein bisschen auch wenn 90 Prozent der Leute konsterniert waren und gesagt haben okay das war's ja dann kann es zur Zeit echt nicht liegen also ich war ja ein großer Kritiker zu Ingolstadt aber die in letzter Zeit kann es nicht daran liegen in Ulm waren auch 1400 Leute dabei die Stimmung war gut ob wir uns da wahrscheinlich nicht gehört haben weil dieses Stadion so riesengroß ist aber man kann sich eigentlich auch auf als Spieler kann man sich auch auf ja mit Hass oder sowas aufziehen also grundsätzlich liegt es daran nicht aber da kommen wir wieder zu diesem Mut zu diesem nichts mehr zu verlieren hin meiner Meinung nach damit das funktioniert muss sich nicht nur bei der Mannschaft die Mentalität ändern sondern auch im Umfeld weil ja wir dürfen jetzt keinen Schiss haben für Platz 5 zu bekommen ja und es gibt auch keine Alternative also auch wenn die jetzt einen Tor kassieren und dann du einen Support einstellst oder das Pfeifen anfängst das bringt das wie gesagt du spielst nach wie vor über 38 Spiele gesehen eine Riesensaison wenn du am Ende Vierter bist dann hast du dir einen fucking DFB-Buchal geholt das ist auch gut mit ein bisschen Abstand es ist furchtbar ärgerlich aber es ist trotzdem eine gute Saison und vor allem du kannst noch Dritter werden jetzt scheißt dich jeder in die Hose ja wenn wir Dritter werden dann Rostock oder Kaiserslach dann haben wir keine Chance aber auch das ist Quatsch also wenn du diese Mentalität jetzt hinbekommst auf allen Seiten dass du jetzt halt nichts mehr zu verlieren hast dass du einfach ein offenes Visier machst die sind im Abstiegsstudel alle Mannschaften die da unten mitspielen in der zweiten Liga das ist genau das was wir die letzten Jahre deswegen hat auch der dritte der dritten Liga historisch gesehen gegen den drittletzten der zweiten Liga immer ganz gut ausgesehen im Vergleich zu erster, zweiter Liga wo einfach die Distanz viel zu groß ist das ist absolut machbar egal wie viel Millionen die mehr an Kaderwert haben Problem ist wir haben halt gerade keinen riesen Höhenflug aber hat der dritte jetzt auch nicht immer gehabt das sind öfter mal welche gewesen die vielleicht schon zwischen noch erster waren abgestürzt sind also das ist schon machbar aber du musst halt nicht mit dem Denken reingehen hey wenn du ein Tor kassierst jetzt geht es schon wieder los das ist ein Abstiegsdenken also klar du musstest halt jetzt auch du musstest jetzt einfach vier Punkte irgendwie erzwingen dann hast du auch wieder einen kleinen Lauf und dann kannst du auch in die Relegation in die mögliche wie schafft man die vier Punkte Philipp wir haben jetzt einiges angesprochen würdest du das 4-2-3-1 lassen würdest du auf 4-4-2 umstellen oder was wir auch immer oft haben ist 3-5 so muss ich ja rechnen 3-5-2 oder würdest du andere Spieler ausstellen zum Beispiel eben mal einen Meier von Anfang an spielen lassen oder ist dir das zu risikoreich also ich hatte ja beim Spiel gegen Freiburg im Block hatte ich einen Kumpel neben mir der zur Halbzeit sich schon übelst aufregt der Mannschaft von 1-0 und den Hot-Tag gebracht hat dass wir mit Dreierkette gespielt hätten in der ersten Halbzeit dass das überhaupt nicht funktioniert hat ich hab's wie gesagt auch nur aus dem Gäserbuch gesehen ich kann mich bei welchem Spiel gegen Freiburg hab ich jetzt nicht so gesehen dass wir in der ersten Halbzeit mit Dreierkette gespielt hätten hätte ich jetzt auch nicht gesehen aber okay von dem her wir hatten das auf jeden Fall mal diese Saison ich fände es eigentlich tatsächlich ein ganz gutes Experiment wenn du sagst offenes Visier dass du eben mit zwei richtigen Schienenspielern spielst mit was Schönenfelder viel besser taugen würde tatsächlich und mit Faber eben auf rechts Salah würde ich tatsächlich ganz draußen lassen außer keine Ahnung hat im Training jetzt 300% und ist voll da das kann ich nicht beurteilen Geipel würde ich auf jeden Fall spielen lassen auch wenn er dann wahrscheinlich bin mir ziemlich sicher wenn du in also wenn du in das Spiel reinwirfst dann muss er eigentlich das verrückte Spiel verpassen weil also wenn du ihn reinwirfst dann mit offenem Visier auch dann holt er sich halt die gelbe Karte du kannst ihn jetzt nicht mit Halbgas spielen lassen dann würde ich ihn mir gleich gar nicht aufstellen Punkt ja boah am Flügel mit Meier das wäre dann wahrscheinlich also hier auf dem was du jetzt hast ist er auf Faber quasi und auf rechts Salah auf links und Meier dafür dann vorne drin wenn du jetzt Salah rauslässt und Schönenfelder auf links dann kannst du Meier natürlich auch auf rechts vorne bringen hat er sich verdient andererseits auch da würde ich aus Training gehen weil bei jungen Spielern wechselst du die ein die machen ein Riesenspiel und dann bringst du sie von Anfang an und du siehst nichts davon und das können wir uns jetzt absolut nicht erlauben da würde ich auch verstehen wenn du da wieder mit Salah Faber gehst sag ich mal beziehungsweise wenn wir mit Dreierkette spielen dann ist es ja eh eher so ein Dreiersturm sag ich mal vorne drin als dass es wirkliche Flügel sind weil du hast da dahinter den Schienenspieler ja also am Ende läuft es wahrscheinlich auf die fast gleiche Aufstellung wie gegen Freiburg raus ganz ehrlich ist mir auch wurscht wenn wir mindestens zwei, drei Tore schießen und hinten nicht so viele kassieren also weniger als wir geschossen haben müssen irgendwie dieses Spiel gewinnen was mich so ein bisschen fraglich stimmt und ich weiß nicht ja da müsste man eigentlich einfach mal nachfragen ist was ist mit mit Waldi ja weil er hat jetzt nicht viele Spiele gemacht aber die Spiele an die ich mich erinnern konnte wo er eingewechselt wurde ist war er schon der Spieler den ich mir gewünscht habe der die Bälle vorne festmacht und wartet bis die Leute nachrücken und der könnte vielleicht auch genau der sein der den Ball mit der Brust auf Gadaus ablegt weil Gadaus ist eben wie du schon gesagt hast er ist nicht der Typ der sich durchtankt sondern sobald der irgendwie den Atem von jemandem im Nacken hat dann fällt er in sich zusammen aber er kann glaube ich schon also die Tore die er geschossen hat hat er super hat er super den Raum gedeutet oft und er hat nicht den festesten Abschluss aber er kann auch den Torwart mal so ein bisschen ausschauen und ins lange Eck ziehen oder dieses eine geile Tor wo er ihn quasi vorbeigestreichelt hat ich glaube da bräuchte Gadaus halt irgend so ein Bodyguard neben sich das ist Hut auch nicht Hut ist der Brecher Hut ist kein Bodyguard und der Waldi hat zumindest Ansätze gezeigt und wir haben den gekauft im Winter um mehr Variabilität im Spiel zu haben und er kommt nicht ist er invalide hat er wieder irgendwelche Verletzungen die uns nicht mitgeteilt wurden ist er scheiße hat er keine Ahnung war er im Hexenhäuse wir wissen es nicht aber wo ist das Hot Tag von mir wir haben ihn geholt als Backup also wirklich einfach nur als Backup wenn einer sich länger verletzt damit wir noch einen haben aber er ist einfach in der Rangliste ganz klar da unten und kommt da auch nicht mehr hoch also das ist glaube ich meine Meinung mittlerweile sonst würde ich auch sagen hätten wir ihn schon viel öfter gesehen was man bei Ganaus glaube ich sieht also was auch ich sehe ist nicht mit dem Ball und im Abschluss sondern halt im Pressing in dem was wir spielen da ist unser bester Stürmer der ist so nah immer am Keeper dran an den Verteidigern läuft da wirklich wie ein Pferd das ganze Spiel das macht er richtig gut aber trotzdem er ist Stürmer er muss halt auch das Tor treffen er muss halt auch mal einen Ball behaupten da gibt es immer wieder schöne Ansätze aber es gibt halt auch immer wieder Momente wo du im Spiel denkst Ganaus ja genau also er zieht halt so den Ärger auch ein bisschen auf sich das ist wie gesagt das geht nicht nur gegen ihn das ist eher so unser Anglos-Spiel glaube ich aber finde ich schwierig bei Hut finde ich den Abschluss tatsächlich besser mehr auch noch im Kopf als jetzt mit dem Fuß da hat man wirklich gemerkt das hat er deutlich besser drauf aber dafür hat er eben dieses Anlaufverhalten nicht und ich vermute mal dass Mustafa von den beiden von den beiden Superskills sag ich mal die jetzt Ganaus und Hut haben hat er wahrscheinlich keins so zu 100% und ist bei allem eher so ein bisschen hinten dran ich habe ihn jetzt auch nicht als den krassen Ballfestmacher in Erinnerung also es sah im Ansatz immer ganz gut aus aber dafür habe ich nicht genug von ihm gesehen und ich vermute mal im Training siehst du mehr von ihm also es muss einen klaren Grund haben warum er so wenig spielt weil genug Gelegenheit haben ihn eigentlich die Kollegen gegeben also genug Anlass mal den anderen zu bringen zu Ganaus ja mich regt mich auch ständig auf dass er dann doch im Sprint oft die Sprintduelle verliert dass er den Ball nicht mitnehmen kann aber du hast recht ja als Stürmer ist auch maximal undankbar weil du die ganze Zeit Pressing stürmen musst und dann kriegst du auf einmal den Ball und musst auch noch mal den nächsten Sprint ansetzen deswegen sind ja eigentlich diese ganzen Mittelstürmer die 40-50 Tore schießen die die da einfach nur vorne drinstehen und völlig konzentriert den Abschluss suchen können und das ist er halt bei uns nicht ja und da fehlt halt dann noch der Entwicklungs- oder zwei Entwicklungsschritte dass nach dem Pressing auch der Kopf da ist diese Automatismen dass du gar nicht überlegen musst wie funktioniert die Körpertäuschung oder so sondern der kämpft wahrscheinlich noch mit sich selbst gerade während er den Ball dann bekommt weil er vorher noch völlig am Arsch ist weil er den Sprint angesetzt hat und er wird auch so oft alleine gelassen es hilft ja auch nichts dass der da vorne den Ball bekommt und festhalten muss wenn es dann eine gefühlte dreiviertel Stunde dauert bis alle nachgerückt sind also er ist da wirklich auch der ärmste Hund und man merkt tatsächlich dass wenn wir in den Rückstand geraten dass auch er besser wird wenn wir umschalten auf mit zwei Stürmer oder mit drei Mittelfeld oder mit drei offensiven Mittelfeldspielern ich würde Geibel oder Bullic öpfern mir egal muss der Trainer entscheiden um einen zweiten Stürmer reinzustellen ja ob das dann ein 4-4-2 ist oder ein 4-1-3-2 oder sowas ist mir dann unterm Strich egal aber ich hab schon länger gesagt und ich sag's immer wieder ich glaube es ist ja es hilft nichts zwei defensive Achter dahin zu stellen vor allem nicht wenn du gewinnen willst wobei du sagen musst dass Bullic ja wirklich auch teilweise bis vorne drin mit im Pressing läuft ja aber er hat den schlechtesten First Touch der Welt er kann ja keinen einzigen Pass spielen der kommt doch auch nur über puren Willen und das langt halt als Offensiver nicht ja der soll bis zur Mittellinie aufbauen und dann soll er es den Profis überlassen ja so gerade im Pressing bin ich nach wie vor ein riesigen Bullic Fan und halt auch das Problem und deswegen spielt Bullic auch du kannst eigentlich beide Spieler kannst du dir oder kannst du in der Hinrunde eigentlich bei uns nicht wegdenken weil beide halt einfach diese 120% Mentalität komplett verkörpern an die Geilbein mit seinen Erfahrungen was er da teilweise für Löcher zuläuft und Bullic einfach eher mit dem physischen also der läuft halt auch ohne Ende und ich bin ein riesen Bullic Fan bin auch ein riesen Bullic Fan dann lass alle dann spiel mit einem Sechser sag dem du veraufgabst dich jetzt 45 Minuten du musst leider für zwei rennen wir brauchen den Sieg das seh ich schon eher und dann wechsle ich dich aus und dann kommt der Bullic rein und der muss auch nochmal so wie im Hallenturnier du gibst 45 Minuten alles meinetwegen spuckst du Blut danach und danach wechsle ich dich aus und wechsle den nächsten Verrückten ein vielleicht langt es auch mal ein Verrückter am Platz zu haben das seh ich schon eher aber wie gesagt also irgendein Experiment fände ich auch gut das Experiment also da jetzt mit zwei Spitzen zu spielen wäre jetzt auch kein so großes Experiment aber entweder würde ich das verändern oder halt wie gesagt diese Dreier-Fünfer-Kette eben mit Schienenspielern beides würde ich nicht machen also wenn du Dreier-Kette spielst und dann vor allem sehr oft also teilweise sehr offensive Schienenspieler hast die halt auch mal vorne stehen dann brauchst du die zwei Defensive diese Löcher wieder zulaufen und ich bin kein Fan der Dreier-Kette deswegen ist meins irgendwas mit Vier-Kette aber die Ansätze die wir diese Saison gesehen haben mit so einer Dreier-Kette ich kann mich jetzt nicht erinnern welchen Spiel es war aber es gab es ein paar Mal dass wir glaube ich gegen Ende der Partie drauf umgestellt haben das sah eigentlich immer gut aus und wie du sagst die meisten Spieler die meisten Gegner sind meistens dann überrascht wenn wir auf einmal doch was anderes machen also ich kann mir vorstellen zu prieren wie gesagt offenes Visier nichts zu verlieren mach mal sowas und der Mehrsatz ich will es nicht am Mehrsatz festmachen aber in den letzten Jahren hatte ich auch immer schlechte Erfahrungen gemacht mit der Dreier-Kette das hat nie funktioniert bei uns aber dieses Jahr die positiven Ansätze reichen mir da schon ein bisschen um zu sagen ganz ehrlich probieren wir es aus ja ich kann die Argumentation verstehen aber ich verstehe immer nicht warum die Leute die Dreier-Kette als offensives Aufstellung sehen weil die wird ja dann eigentlich zur Fünfer-Kette im Defensiven und dann bist du eigentlich ganz krass dabei wir haben ja auch wir haben ja Bräunig Bittroff und Ballas wo wir uns eh nicht entscheiden oder Zigele wenn er wieder fit ist würde ich sogar fast noch ja vor einem der beiden sehen ich weiß da auch nicht gerade wie unsere Hackeordnung da ist weil Ballas ist eigentlich der klare Abwehrchef gewesen Zigele hat sich festgespielt jetzt auf einmal spielt Bittroff obwohl beide anderen fit waren oder fast fit waren sie müssen auf der Bank fahren also wir haben da auf jeden Fall drei Stück wenn nicht sogar vier Stück die da spielen können und vor allem wo auch einer ein bisschen offensiver dann einfach ein bisschen den Abräumer machen kann also ich find's nicht so defensiv wenn du halt die offensiven Schienenspieler dafür hast und die haben wir mit Faber und Schönfeld das sind ja beides eigentlich Offensivspieler das sind keine Verteidiger also so von der Anlage her und wenn die da die Linie drauf und runter rennen und davor eher nach innen rückt dann noch eine Kota zum Beispiel in Ganaus kann ich mir bei sowas dann auch eher so als Außenstimmer vorstellen und in der Mitte zum Beispiel Hut also ja hört sich schon sehr attraktiv an hast recht ja also ich seh's voll ja die Frage ist wie sehr haben wir sowas einstudiert wenn wir es ab und zu mal gebracht haben hinten raus muss ja eigentlich also es muss ja im Training mal gemacht worden sein das macht's wenn ich einfach so sagst hey du spielst jetzt da du spielst jetzt da das kann ich mir nicht vorstellen wir haben da sicher Zeit im Training mit verbracht weiß nicht ob Joe so zufrieden ist mit der Variante wie ich ich denke halt auch Joe hat vielleicht auch gerade dieses Mercer Problem weil du ihn angesprochen hast ja du hast so ein bisschen Angst ins Risiko zu gehen du willst nicht abgeschlachtet werden oder sonst irgendwas weißt du was ich meine du du bist in dem Status der Saison wo du eigentlich das seriös zu Ende spielen willst und gar keine Experimente mehr machen willst und jetzt bist du gezwungen Experimente zu machen und da gibt's nicht viele Trainer auf dieser Welt die dann ja die dann das volle Risiko gehen weil das ist natürlich also ja du scheust halt auch das Risiko weil du ganz genau weißt wenn's schief geht bin ich am Arsch aber wenn du nicht ins Risiko gehst und schief geht bist du halt auch am Arsch das Problem ist vor allem der Moment den Moment zu finden zum switchen also es ist ja völlig okay zu sagen hey wir spielen seriös zu Ende aber du musst halt irgendwann erkennen hat nicht funktioniert wir müssen jetzt Risiko geben wie du sagst ja das ist das also ich meine wir hätten das schon viel früher machen müssen wie sehr hat mich das aufgeregt dass da immer wieder hingehockt wurde und so gesagt ja wenn wir das vor der Saison gehabt also wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte das jetzt weiter gewesen seite werden so würde ich es mitnehmen ja alles klar aber wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte du holst gegen die vier schlechtesten Mannschaften nur vier Punkte hätte ich auch gesagt nee ist mir egal will ich nicht und auch dieses wir haben keine Fehler gemacht und wir spielen unseren Stiefel so weiter wir haben das zu lange glaube ich die Augen verschlossen vor unserer schlechten Leistung und wenn sie jetzt nicht geöffnet werden dann nie ja also es ist halt auch immer schwierig wir haben die engen Spiele in der Hinrunde halt auch teilweise mit Spielglück beziehungsweise mit einfach Spiel ist auf Messer schneide und wenn du die zehn Kilometer mehr läufst oder was auch immer kriegst du sie vielleicht auf deiner Seite wir haben es uns halt irgendwie verdient und gerade belohnen wir uns nicht sagen wir es mal so ganz um kapaschal diese Fußballvokabeln zu nennen du kannst auch eigentlich sagen natürlich wahrscheinlich ist eher die Rückrundentabelle unsere Leistungsniveau als die Hinrundentabelle aber egal wie dein Leistungsniveau ist wenn du da jetzt stehst musst du es einfach wegtüten gegen Freiburg und Viktoria Köln sorry aber ich glaube vor ein zwei Wochen spätestens vielleicht sogar ein bisschen früher schon hat man da meiner Meinung nach auch schon so ein bisschen zumindest in der Sprache nach außen so ein Umdenken festgestellt also man hat schon gesagt hey wir wollen jetzt aufsteigen so zumindest intern ich weiß nicht ob es wirklich mal in der Pressekonferenz gesagt wurde aber dass man das jetzt nutzen will also man hat sich nicht mehr gescheut vor diesem Ganzen genauso wie auch im Fanlager halt also ganz ehrlich im Winter wurde jeder eingebremst der hier irgendwie angefangen hat von Ausstieg zu singen wie man jetzt merkt auch zu Recht weil die Euphorie halt einfach noch viel zu früh war aber auch im Fanlager war spätestens in Lübeck war irgendwann die Sache hey Leute aufpassen wir haben eine Riesenchance dass wir dieses Jahr schon viel früher als wir dachten eigentlich wieder hochkommen nutzt das und die letzten Spiele auch wenn da mal Erfolg da war zwischendurch dann wurde auch in die Richtung gefeiert und es wurde dann nicht mehr davor geschollt groß das zu feiern also ich glaube diese Erkenntnis dass du jetzt die Chance hast ist schon da aber vielleicht die Erkenntnis dass du dafür auch irgendwie was anders machen musst die glaube ich hat bisher gefehlt und ich betone es nochmal für mich geht das quasi durch alle Anspruchsgruppen dieses Andersmachen dieses Umdenken diese Euphorie die bei uns in der Mannschaft gerade fehlt die fehlt komplett auch auf den Rängen wir haben jetzt immer die die fehlt auch bei mir ich gebe ganz ehrlich zu meine Euphorie ist im Keller gerade obwohl wir Dritter sind das musst du dir mal vorstellen da hast du ganz recht aber ja wir sind Vierter aktuell wir sind Dritter ja natürlich sind wir Dritter dann hätte ich uns jetzt schon längst ins Friedhof geredet wenn wir Vierter gewesen wären natürlich ja natürlich sind wir Vierter ich war gerade auch verwirrt natürlich sind wir Dritter jetzt hast du schon wieder Vierter gesagt aber verwirr mich halt nicht Entschuldigung ne natürlich ja wir sind Dritter aber mit Euphorie meine ich halt wenn du angeschaut hast was Mannschaften wie Essen Saarbrücken Münster Ulm also nicht nur wie das da bei dem Heimspiel war als wir in Ulm waren auch was auswärts was die mitbringen also ich habe zum Beispiel Essen in Sandhausen habe ich mir ein bisschen angeschaut auf der Rückfahrt ich habe mir auch das Münster gegen Saarbrückenspiegel angeschaut das ist auch im Fanlager und vor allem in den Gästeblöcken also die sind halt proppenvoll und ganz ehrlich ja schön dass so viele Leute in Freiburg waren schön dass so viele Leute in Ulm waren beide Blöcke waren halt nicht voll klar wir sind der Jahren wir haben auch historisch nicht dieses Potenzial und wir haben dieses Jahr Zahlen abgerissen die hatten wir in der Region auch noch nicht aber trotzdem für diesen Tabellenstand eben auch weil wir gerade von oben eher runter taumeln als dass wir von unten Gas geben ist mir das mittlerweile auch zu wenig also diese Euphorie fehlt mir da auch nicht nur beim Ausserzzahlen auch bei der Stimmung zu Hause also auch da muss eigentlich jetzt nochmal dieses offenes Visier und scheiß drauf und wenn ein Gegentor fällt weiter weil das am Ende hängt das schon ein bisschen mit zusammen ich glaube nicht dass du die Mannschaft jetzt hier zum 1 zu 0 schreißt sondern es braucht schon eher den Funken der wieder auf die Tribüne überspringt aber so ein paar Signale glaube ich kannst du da schon geben und das ja ist du saugst ja auch die ganze Stimmung in der Stadt auf wenn beim Bäcker die Leute geil drauf sind aufs nächste Spiel auf den nächsten Sieg in Ulm hast du das wahrscheinlich ja da kocht wahrscheinlich gerade die ganze Stadt jetzt wenn ich weiß ich nicht Andi Geipel beim Netto treffen würde würde ich halt auch sagen sowas wie ja was macht's denn ihr für einen Scheiß ja und nicht dieses ja geil 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 wir sind Platz 3 wir können aufsteigen du bist Dritter und hoffst dass du mich erkannt wirst in der Stadt du bist Dritter also hast vier Punkte Vorsprung vom vierten und ich hoffe dass mich niemand über den Jahren anspricht das ist halt einfach auch irgendwie scheiße und ja da nehme ich mich nicht aus da hast du ganz recht da müssen wir da müssen wir einfach auch wieder Bock drauf haben jetzt Crunch Time Crunch Time Bock drauf haben und ich meine das vor allem jetzt nicht nur für zwei Spiele also es geht halt auch ja klar man kann vorher sagen es wird eh nix aber dann trotzdem Wiesbaden wäre wirklich der Knaller weil ganz ehrlich da scheiße ich mich halt auch nicht ein ich scheiße mich ja auch ein bei Rostock aber trotzdem das muss man halt da auch aus den Köpfen kehren und dann sagen ja ich nehme mir trotzdem Urlaub scheiß drauf also es muss sein für das Auswärtsspiel an einem Dienstag in Rostock wo du ja entweder fünf Tore kassierst oder danach dein Leben Länge kassierst cool ich freue mich ja gut dann haben wir jetzt genau diese letzten fünf Minuten spielen wir der Mannschaft vor und dann hat sie auch wieder Bock meinst du denen reicht es auch entweder kassieren sie fünf Tore oder sie kassieren Schläge nicht von uns wenn sie ja ja ich ich kassiere liebend gerne Aufstiegsschläge ja egal irgendwie Aufsteigen also wirklich es ist machbar Bullich Bullich verteidigt uns dann schon alle und unser ganz ehrlich unser Ticketing freut sich doch dass sie nochmal ein Spiel mehr verkaufen dürfen ja das wäre natürlich ich sag ja immer das ist Hausner Masterclass wir steigen auf mit einem zusätzlichen Spiel weil dann hast du nochmal 150.000 Euro mehr was willst du denn mehr wo geht das TV-Geld hin von der Relegation nirgends weil das ist quasi in dem rechten Paket du kriegst quasi die Eintrittsgelder nochmal und das mehr Mörch natürlich wenn du dann das Aufstiegsschirt verkaufst das bringt auch nochmal eine Million also ich kann wirklich nur nochmal appellieren klar nervt es mich auch aber wir müssen irgendwie in der Euphorie reinkommen auch wenn es gar keinen Sinn macht zieht euch an irgendwas hoch und wenn es nur ein Pass ist oder ein Tor und ja pusht euch gegenseitig und fahrt nach Köln fahrt zum Relegationen-Auswärtsspiel wenn es dazu kommt weil da geht noch was das reicht es geht was und wenn nichts geht sind wir ziemlich sicher am Ende zumindest Vierter und nächster am DFB-Vokal und dann probieren wir es nochmal wenn wir es wenn wir es nicht schaffen dann werden wir in der nächsten Folge knallhart analysieren an was es liegt und dann die übernächste Saison äh nächste Saison besser machen und wenn wir es schaffen freue ich mich auf die nächste Ausgabe da versuchen wir wahrscheinlich schon vor den Relegationsspielen nochmal wenn es nicht klappt haben wir nichts verloren weil ich habe jetzt schon dreimal gesagt dass wir Vierter sind und Schlechteres ja wir sind der Jan wenn es nicht klappt wären wir eh Fünfter und dann bist du schuld da da könnte ich mich wirklich persönlich verantwortlich machen ich sage wir wären auf keinen Fall mehr Fünfter okay dann machen wir dich persönlich verantwortlich dafür wenn es doch so läuft es gibt beim beim Discord Grillen das sicher irgendeine Schadfälle gibt es ein Kasten Bier von Bier wenn wir Fünfter wären ja es liegt an meinem stressigen Leben dass das Riefer dann dann machen wir trotzdem noch macht der Gewohnheit wie viele Punkte die nächsten zwei Spiele ich will sechs sagen mein Hirn sagt eher vier und das ist auch schon optimistisch vier reichen halt nicht für Platz zwei das muss man jetzt mal ganz knallhart sagen ich glaube nicht dass Münster da so viel liegen lässt aber ganz ehrlich ja ich sage vier ich sage zwei und dann schauen wir mal ob es für Platz drei reicht ja von der Toll-Frenz her nicht also ja ich hoffe mal dass dass ja dass die hinter uns einfach auch Bammel bekommen Münster sehe ich auch nicht mehr scheitern ich denke selbst wenn du jetzt sechs Punkte holst wirst du vermutlich auch nicht mehr Münster vorbeikommen bei da jetzt noch ein letzter kleiner Hoffnungsschimmer jetzt sind wir halt klar wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand alles schön und gut aber jetzt sind wir halt wieder der Jäger und das hat uns diese Saison jedes Mal besser getaugt gegen Münster im direkten Duell waren wir ja auch da waren wir zwar noch vorne in der Tabelle aber da haben die die Siegeserie gehabt da waren quasi auch in dem Spiel wir irgendwie der Jäger wir hatten die deutlich schlechtere Quote bei den ganzen Wettanbietern und so wird es auch die nächsten zwei Wochen sein also zumindest verglichen mit Münster die haben jetzt was zu verlieren und wir müssen einfach diesen Mut und dieses nichts zu verlieren hinbringen dann ist es schon auch noch möglich da irgendwie zweiter zu werden aber in der eigenen Hand haben wir es halt nicht mehr Punkt Punkt Tschüss mit Duell Servus Kurz Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner dem Rebest Fitness Club in Regensburg und zwar haben wir uns da wieder was Neues ausgedacht weil die alte Saison ja jetzt bald um ist und dann wird es schwierig mit Sitzplatzkarten und das alte Jahrndrikot beziehungsweise das Trikot dieser Saison ist ja vergünstigt im Jahrndonlineshop zu halten deswegen wenn ihr im Rebest Fitness Club ein Abo abschließt dann könnt ihr mit dem Codeword 1889FM beziehungsweise Jahrndpodcast ein Jahrndrikot mit Wunschflock der neuen Saison erhalten sobald es halt verfügbar ist und ihr bekommt auch noch einen vergünstigten 1889FM Tarif ihr müsst aber nicht die Katze im Sack abonnieren sondern ihr könnt per WhatsApp Kontaktformular oder Telefon euch ein Probetraining oder ein Beratungstermin oder beides ja vereinbaren und dann erstmal anschauen bevor ihr dann ins Beratungsgespräch geht und eben euch die Konditionen anhört und wenn ihr eben 1889FM erwähnt dann gebt euch der Adrian oder die Mitarbeitenden dort einen besonderen Tarif und das Jahrndrikot gibt es oben drauf jetzt geht es weiter in der Folge kurz Werbeunterbrechung für unseren treuen Kooperationspartner dem Rebest Fitness Club in Regensburg und zwar haben wir uns da wieder was Neues ausgedacht weil die alte Saison ja jetzt bald um ist und dann wird es schwierig mit Sitzplatzkarten und das alte Jahrndrikot beziehungsweise das Trikot dieser Saison ist ja vergünstigt im Jan Onlineshop zu halten deswegen wenn ihr im Rebest Fitness Club ein Abo abschließt dann könnt ihr mit dem Codeboard 1889FM beziehungsweise Jan Podcast ein Jahrndrikot mit Wunschvlog der neuen Saison erhalten sobald es halt verfügbar ist und ihr bekommt auch noch einen vergünstigten 1889FM Tarif ihr müsst aber nicht die Katze im Sack abonnieren sondern ihr könnt per WhatsApp Kontaktformular oder Telefon euch ein Probetraining oder ein Beratungstermin oder beides ja vereinbaren und dann erstmal anschauen bevor ihr dann ins Beratungsgespräch geht und eben euch die Konditionen anhört und wenn ihr 1889FM erwähnt dann gibt euch der Adrian oder die Mitarbeitenden dort einen besonderen Tarif und das ja Jörg 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 Jörg